Wir beginnen mit einer Gefäßläsion. Also nicht nur die Thrombozyten werden dort angelockt, sondern es passiert noch mehr. Wir haben hier einen Tissue Factor. TF steht für Tissue Factor, also Gewebsfaktor. Und dieser Gewebsfaktor, der heute wie gesagt als TF, als Tissue Factor, der vor allem beschrieben wird, ist in der Einteilung der Gewebsfaktoren, die übrigens mit römischen Ziffern gekennzeichnet sind, der Faktor 3, also Tissue Factor oder Faktor 3, also Gewebsfaktor römisch 3. Dieser Tissue Factor ist ein Faktor, der membrangebunden normalerweise im Blut nicht anzutreffen ist, weil er sitzt auf Zellen des Bindegewebes. Sprich also, es bedarf einer Läsion, einer Schädigung der Gefäßwand, der Endothelstruktur, damit also Strukturen des Bindegewebes und auch Zellen des Bindegewebes hier Kontakt bekommen zum Blut und von dort aus kann nun dieser Tissue Factor Kontakt mit dem Blut erhalten. Also es geht nur durch eine Läsion in der Gefäßwand, weil sonst ist der Tissue Factor, der Name sagt es ja schon, nur im Gewebe zu finden und dort sitzt er meist auf der Membran der Zellen dort. Nun dieser Tissue Factor, der nun also Kontakt zum Blut bekommt, der schnappt sich den Faktor 7. Der Faktor 7 wird durch den Tissue Factor aktiviert. Das ist also jetzt hier die erstmal didaktisch einfachste Form. Ich will nur kurz dazu ergänzen, dass das nicht nur die Aktivierung erfolgt, sondern der Faktor 7 weist noch mal eine Besonderheit auf, den die anderen Faktoren so nicht kennen, nämlich es gibt immer eine kleine Menge von schon aktiviertem Faktor 7 im Blut. Immer wenn ein Faktor aktiviert ist, dann ist ein kleines a dahinter gesetzt. Also wäre Faktor 7 und Faktor 7a wäre die aktivierte Form. Und in meinem Schema habe ich nun immer jeweils die aktivierte Form etwas heller gezeichnet, um das quasi erkenntlich zu machen. Also das heißt, wir haben nun hier durch den Gewebedefekt eine Verbindung, also entweder eine Aktivierung von Faktor 7 zu 7a und zum Teil haben wir auch schon 7a in aktiver Form vorliegen und der koppelt sich dann mit dem Tissue Faktor, sodass auf jeden Fall an dieser Stelle ein Komplex entsteht. Ein Komplex aus Faktor 7a, Tissue Faktor und jetzt kommt's. Hier steht CA für Kalzium und PL steht für Phospholipid. Also es braucht nicht nur die Grinnungsfaktoren, sondern diese Faktoren müssen ja auch an den Ort des Geschehens gebracht werden und müssen am richtigen Ort auch wirksam werden und aktiviert werden. Und die Phospholipide sind sozusagen hier Andockstellen. Das heißt, die Grinnungsfaktoren wissen, da müssen sie hin und sie haben dann solche Kontaktstellen, man spricht hier von Glattdomänen, also sie können quasi direkt an dem Phospholipid festmachen. Und jetzt denken wir mal zurück. Ich habe vorhin bei den Thrombozyten beschrieben, dass ein Faktor der Thrombozytenaktivierung darin besteht, dass die Thrombozyten die negativen Phospholipide nach außen geben. Und damit haben die Thrombozyten außen ganz, ganz viele negative Phospholipide sitzen. Und das sind unter anderem nun die Andockstellen für diese Grinnungsfaktoren. Ganz wichtig also, es braucht diese Phospholipide und Calcium braucht es dazu. Und so entsteht ein solcher Komplex. 7a dockt an an diesen Phospholipiden, gemeinsam mit Calcium und dem Tissuefaktor, wird ein solcher aktiver Komplex gebildet. Ausgangspunkt war aber der Gewebeschaden, die Gefäßläsion in der Wand und der Kontakt des Tissuefaktors mit dem Blut. Der Faktor 7, der aktivierte Faktor 7 als Komplex nun hier, geht los und aktiviert einen weiteren Faktor, der ebenfalls hier zu finden ist. Im Blut, das ist der Faktor 10. Der Faktor 10 wird nun durch diesen 7a Tissuefaktorkomplex zu dem aktivierten 10a. Der Faktor 10 wird nun aktiviert. Nun geht es weiter. Der Faktor 10, der aktivierte Faktor 10 aktiviert nun den Faktor 2, den wir Prothrombin nennen und der wird zum Thrombin. Das ist dann der aktivierte Faktor 2 wäre. Thrombin, bitte, das ist jetzt nicht ohne Grund habe ich das Thrombin hier rot gekennzeichnet. Thrombin ist vielleicht die Schlüsselsubstanz auf dem Weg dieser Blutgerinnungskaskade. Nochmal, wir haben jetzt bisher gehabt. Den Tissuefaktor, der Kontakt bekam mit dem Blut durch den Schaden in der Wand. Der aktiviert den Faktor 7 und lagert sich mit dem aktivierten Faktor 7a zusammen. Es entsteht ein 7a Tissuefaktorkomplex und der aktiviert den Faktor 10. 10 wird zu 10a und 10a aktiviert den Faktor 2, Prothrombin, der nun zu Thrombin wird. Thrombin, aber bei dieser ersten hier beschriebenen bisher beschriebenen Kaskade, das Ganze läuft sehr zart ab und es werden nur kleine Mengen Thrombin hier gebildet. Das ist ein sehr schwacher Arm, zumindest bis jetzt. Bis jetzt, weil nämlich jetzt Thrombin entstanden ist und Thrombin macht nun folgendes. Thrombin hat nun mehrere Wirkebenen. Die erste ist, Thrombin wirkt rückwirkend, das geht quasi nicht weiter runter, das kommt gleich noch. Es geht erstmal hoch, also zurück in der Kaskade. Und hier gibt es den Faktor 5. Und Thrombin, was nun entstanden ist, aktiviert den Faktor 5 zu Faktor 5a. Und das ist deshalb so bedeutsam, weil der Faktor 10, der zuvor aktiviert wurde und schon Prothrombin zu Thrombin umgewandelt hat, der Faktor 10 hat alleine nur sehr schwach gewirkt. Denn der Faktor 10 wird so richtig wild, wenn er den Faktor 5 bei sich hat. Nämlich der Faktor 5 ist ein Kofaktor und verstärkt die Wirkung vom Faktor 10. Und nun dieser rückwirkende Effekt, dass Thrombin nun den Faktor 5 zu 5a aktiviert und nun kann sich der Faktor 10 mit dem Faktor 5 beide in aktivierter Form zusammentun. Mit Calcium und Phospholipid bilden sie einen hochaktiven Komplex und die Aktivierung von Prothrombin zu Thrombin wird nun verstärkt. Also, Thrombin, das ist das Prinzip, was man jetzt verstehen muss. Es ist natürlich neu, es wurde noch vor wenigen Jahren ganz anders beschrieben. Thrombin entsteht als Schlüsselsubstanz und zeigt nun gleichsam rückläufige Effekte und verstärkt in form einer Rückschleife diese Kaskade. Das ist die Nummer 1, aber nicht genug damit. Thrombin geht weiter hoch und aktiviert Faktor 8 zu 8a und aktiviert Faktor 11 zu 11a. Vorhin habe ich beschrieben, dass Faktor 7a mit Tissuefaktor Faktor 10 aktiviert. Jetzt muss ich noch ergänzen, es aktiviert parallel auch Faktor 9. So dass nun durch die Wirkung des Thrombins, das 8 aktiviert und Thrombin ebenfalls, das Faktor 11 aktiviert, führt nun zu einer Aktivierung von 9. Weil 11 aktiviert 9. So entsteht nun hier Faktor 8 und Faktor 9 in aktivierter Form. Unterstützt von dem Faktor 7, der vorhin schon aktiv war und der auch ein Arm hier rüber wirft und ebenfalls Faktor 9 aktiviert. Was ist das Ergebnis der zweiten Rückschleife des Thrombins? Am Ende kommt es zur Aktivierung von Faktor 8 und 9. Und Faktor 8 und Faktor 9, Sie ahnen es schon, mit Phospholipid und Calcium bilden wieder einen Komplex und der ist nun super effektiv. Man nennt diesen Komplex auch T-Nase-Komplex und der aktiviert nun hochwirksam den Faktor 10. Wieder Faktor 10, nun also durch die Rückschleife kommt es hier zu einer weiteren und nun viel stärkeren Aktivierung von Faktor 10. Und Faktor 10 hat hier nun den Faktor 5, der ja hilft und nun wird Pothrombin in großen Mengen in Thrombin umgesetzt. Und jetzt geht die Kaskade endlich nach unten. Das war zuvor auch schon, aber jetzt erst so richtig wirksam. Denn Thrombin als Faktor 2a aktiviert das Fibrinogen Faktor 1 zum Fibrin. Und für die Prüfung muss man sich vor allem merken, die Blutgerinnung muss am Ende das Ziel verfolgen, dass aus Prothrombin Thrombin wird und Thrombin macht aus Fibrinogen Fibrin. Das ist die Endstrecke da unten. Aber der Weg dahin ist eben hochspannend und er ist eben völlig neu in der Art, die wir ihn heute verstehen. Cooldown. Wo sind wir? Alle sind noch bei mir. Keiner verlässt den Saal. Tissue Faktor gelangt durch ein Defekt der Wand in Kontakt mit dem Blut. Aktiviert Faktor 7 zu 7a. Es entsteht ein Komplex aus 7a, Tissue Faktor mit Phospholipid und Calcium. Dieser Komplex aktiviert den Faktor 10. 10 ist die zentrale Struktur, die da unten führt. Aber nun ja erstmal nur in leichter Form. Faktor 10 wird zu 10a. 10a aktiviert Prothrombin, das zu Thrombin wird. Faktor 2 wird zu 2a. Aber nur in kleinen Mengen. Aber immerhin, Thrombin ist da. Thrombin ist da. Thrombin ist unsere Schlüsselsubstanz. Thrombin beginnt nun rückwirkend, also im Sinne von einer Rückschleife zu agieren. Thrombin geht hoch und aktiviert den Faktor 5. 5 als aktivierter Faktor 5a ist ein Kofaktor für 10. 10 und 5 wirken nun viel stärker als zuvor 10 alleine. Also wir haben einen neuen Komplex. 10, 5a gemeinsam mit, ich höre sie, ich höre sie, Phospholipid und Calcium. Ein neuer Komplex, der nun noch mehr Prothrombin zu Thrombin umbaut. Der Thrombinanteil steigt. Er steigt. Schon die ersten Thrombinteile gehen nach unten und können schon ein bisschen Fibrinogen. den Faktor 1 zu Fibrin umwandeln, was ja eigentlich das Ziel ist, aber noch nicht genug. Es ist noch viel zu wenig. Thrombin wirkt weiter oben. Thrombin aktiviert Faktor 8 zu 8a. Zeitgleich geht es hoch und aktiviert Faktor 11 zu 11a. Und 11 aktiviert Faktor 9 zu 9a. So entstehen nun der aktivierte Faktor 8 und 9. Die zusammen, gemeinsam mit Phospholipid und Calcium, bilden den berühmten Tenase-Komplex. Und der aktiviert nun den Faktor 10 nochmal so richtig. Und 10 wird nochmal richtig gepusht. Faktor 10a mit 5 gemeinsam. E sehr effektiv. Kann nun große Mengen von Prothrombin zu Thrombin umbauen. Ja, wie eine Rückschleife, die immer wieder die Kaskade nach unten verstärkt. Und nun kommt es zu dem, was man einen Thrombin-Burst nennt. Also Thrombin geht jetzt richtig hoch. Und jetzt kann sich das Thrombin das Fibrinogen schnappen. Faktor 1. Und macht daraus Fibrin. Das eigentliche Zielprodukt der Blutgerinnung. Alle bei mir noch? Wir sind schon jetzt fast im Endspurt. Fast im Endspurt. Das Fibrin. Die meisten lernen das so, dass sie lernen, Fibrinogen wird zu Fibrin. Und das war es dann. Manche Bücher beschreiben es sogar so. Das war es aber natürlich noch nicht. Denn das Fibrin, was nun entstanden ist, ist ein Fibrin, was noch sehr instabil ist. Das heißt, es kommt hier schon, diese Fibrin-Moleküle, die setzen sich aneinander, verbinden sich schon. Man nennt das ein Fibrin-Polymer. Ja, Fibrin-Teilchen verbinden sich. Aber dieses Verbinden ist noch eine sehr leichte Verbindung. Noch recht instabil. Und dieses Fibrin muss dann quasi erst überführt werden. Aus diesen einzelnen Fibrin-Teilchen müssen dann richtige, man sagt, polymere, feste Strukturen werden, die sich auch noch fest stabil verdrahten müssen. Und das geschieht mit Hilfe des Faktors 13. Und Sie dürfen dreimal raten, wer den Faktor 13 aktiviert. Natürlich auch das Thrombin. Das aktiviert parallel den Faktor 13. Und der macht dann erst am Ende diesen festen, stabilen Verschluss. Das Fibrin sich massiv miteinander vernetzt. Und ein stabiler, roter Propf nun hier entsteht. Und das ist sozusagen die Kaskade einmal komplett durchgespielt. Und wenn wir jetzt versuchen, die alte Kennzeichnung, wie sie früher galt, didaktisch, nochmal hiermit einzufügen, dann können wir es so machen, dass wir nämlich sagen, das, was ich hier oben beschrieben habe als Einstieg, das ist ja etwas, was entstehen konnte, weil der Tissue-Faktor hier hineinkam. Also der kam ja aus dem Gewebe, also von außen. Deshalb nennt man das auch der extrinsische Weg. Oder hier extrinsic auf Englisch, oder der extrinsische Weg der Blutgerinnung. So wurde er auch früher genannt. Heute zwar auch noch, aber heute nicht mehr so, weil es nochmal früher hat man gedacht, das extrinsisch und intrinsisch, jeweils völlig unabhängig ist. Heute sieht das eben ganz anders aus. Was wäre dann intrinsisch? Das hier, was hier oben rechts geschieht, wäre intrinsisch. Und zwar habe ich jetzt noch einen Faktor unterschlagen, nämlich der Faktor 12. Den gibt es noch. Und dieser Faktor 12 kann durch bestimmte Substanzen aktiviert werden. Und das nennt man dann, oder nannte man früher, auch den intrinsischen Weg. Also im Sinne von intrinsisch, von innen, aus dem Blutgefäß selbst aktiviert. Ohne Schaden, ohne extrinsische Zutat, also ohne Tissue-Faktor. Und heute geht man davon aus, dass das prinzipiell möglich ist, aber man hat sich in der Gestalt vertan, als man diese Aktivierung intrinsisch über den Faktor 12, 12, 11, 9, 8, das hat man im Labor hergestellt. Im Reagenzglas hat das geklappt. Weil nämlich im Reagenzglas die negativ geladene Wand über den Faktor 12 aktiviert werden konnte. Heute ist man sich sehr unsicher. Also der Weg ist schon der, den ich gerade beschrieben habe. Das ist der, von dem man heute ausgeht. Der Bereich, der früher intrinsisch genannt wurde, also vor allem über den Faktor 11, 9 und 8, haben wir ja gesehen, wird nicht einfach von innen, von hier oben aktiviert, sondern sehr wohl über den extrinsischen Weg und diese Rückschleife, die hier stattfindet. Beziehungsweise diesen einen Querarm. Also es kommt schon von hier, nicht von hier oben. Das von da oben, über das Kalikrein zum Beispiel, das ist eher im Labor möglich, aber wahrscheinlich in der Natur, also in vivo, wahrscheinlich eher nicht so bedeutsam. Das hat man dadurch gemerken können, dass zum Beispiel Menschen, die ein Problem mit dem Faktor 12 haben, in der Regel kaum Schwierigkeiten haben mit der Blutgerinnung. Also scheint dieser Faktor nicht so relevant zu sein, beziehungsweise zumindest nicht aus sich selbst heraus so stark wirksam. Aber aus didaktischen Gründen kann man trotzdem diese beiden Gruppierungen nach dem alten Schema hier nochmal so drauflegen. Und dann wäre das hier unten, sagen, ab dem Faktor 10, dann dem Protrombin, Trombin und dann Fibrinogen und Fibrin, das wäre sozusagen die gemeinsame Endstrecke. Der Faktor 10 wäre quasi der Knotenpunkt, das Bindeglied zwischen Intrinsisch und Extrinsisch. So kann man sich das merken und so kann man dann sagen, diese alte didaktische Einteilung nochmal hier drauflegen. Einmal noch? Na, einmal noch, einmal noch, weil es so schön war. Wir haben eine Gefäßläsion, wir haben den Tissue-Faktor. Der Tissue-Faktor aktiviert Faktor 7 zu 7a. 7a plus Tissue-Faktor plus Phospholipid und Calcium aktiviert Faktor 10. Faktor 10 wird zu 10a. 10a aktiviert 2 zu 2a, nämlich Protrombin zu Trombin. Aber nur in kleinen Mengen. Aber Trombin ist da. Trombin geht nun los und wirkt. Zunächst einmal auf Faktor 5. 5 wird zu 5a. 5a und 10a bilden einen Komplex. Denn 5a ist ein Kofaktor, ein Unterstützungsfaktor für 10a. 5a, 10a gemeinsam mit Phospholipid und Calcium bildet einen Komplex. Und schon wird noch mehr Protrombin zu Trombin umgewandelt. Wir haben schon mehr Protrombin. Protrombin macht nun richtig Gas. Trombin aktiviert nun ferner auf der intrinsischen Seite den Faktor 8 zu 8a. Trombin aktiviert Faktor 11. 11 als 11a aktiviert 9. 9a entsteht. 8a und 9a gemeinsam mit Phospholipid und Calcium bilden den Tenase-Komplex. Der aktiviert Faktor 10. Und zwar richtig heftig. 10 geht runter. Gemeinsam mit 5a wird nun noch mehr Protrombin zu Trombin umgebaut. Wir haben den Trombin-Burst in Riesenmengen. Oben kann man sich noch, wer mag, noch Faktor 12 dazu denken. Aber das ist gar nicht so wichtig an der Stelle. Wichtig ist nun, wir haben jetzt so viel Trombin, dass nun Fibrinogen in großer Menge zu Fibrin umgebaut wird. Aber Fibrinmonomere, die müssen aneinandergelegt werden und müssen vor allem noch mal stabil aneinander befestigt werden. Das macht Faktor 13, der ebenfalls vom Trombin aktiviert wird. 13a macht aus dem Fibrinmonomere feste, stabile, stark quervernetzte Fibrinpolymere. Der feste, rote Propf ist gebildet. Wow! Ist das nicht ein Sahnehäubchen, was wir hier haben? Hallo, mein Name ist Damian Del Monte und ich hoffe, dass der Clip Ihnen gefallen hat. Auch wenn viele Menschen in ihrem Studium oder in ihrer Ausbildung andere Erfahrungen machen mussten, so wage ich trotzdem die Behauptung oder die Hypothese, dass die Vermittlung wirklich anspruchsvoller medizinischer Grundlagen sehr wohl anschaulich, spannend und zum Teil sogar unterhaltsam sein kann. Schauen Sie bei uns rein und prüfen Sie meine Hypothese. Unten im Text finden Sie die Links zu unseren Angeboten, die von unserem Kooperationspartner Lekturio für Sie bereitgestellt werden. Und vielleicht sehen wir uns bald wieder.